Hallo, hallo, meine liebe Pomeranian-Freunde. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und einem mein kleines Geheimnis vorstellen. Meine Verfolgern oft genug fragen mich, ob ich Welpen habe. Aber fast drei Jahre, ich habe kein Wohl gehabt und endlich, endlich, Welpen sind wieder in meiner Hand. Ich freue mich sehr und sehr gerne stelle die zwei vor. Die sind zwei Brüder, zwei Kerlchen. Sie sind 15. November geboren. Die sind echte Pomeranien, die werden unten 22 cm, die werden nicht groß, bleiben klein. Ich denke, nur ungefähr 2,5 cm im Erwachsenenzustand, sie werden wiegen. Sie haben sehr flühe Pfeil und FCI Papiere, RKF, FCI. Die sind mit Stammbaum, voll geimpft, gechippt. Und am 14. Februar, wir haben Toilwood-Impfung gemacht und in drei Wochen nach Impfungen, wir dürfen schon nach Ausland fliegen. Ja, die sind so zärtlich, so süß. Also, ich bin bereit, speziell Angebot machen für Leute, die werden paarweise kaufen. Beide auf einmal. Ich habe schon Erfahrung, in der eine Familie, meinen Käufern, wohnen zwei Brüder und sie sind so glücklich. Sie spielen miteinander, ihm ist nicht langweilig und für Hunde das ist auch sehr gut. Sie können zu Hause alleine bleiben, ohne Probleme und unterstützen einander. Und immer gibt es Spielkameraden. Natürlich, in zwei verschiedenen Familien auch möglich. Also, das ist keine Forderung, das ist nur Empfehlung zusammennehmen. Und wie immer, ich mache persönliche Lieferung nach Deutschland, nach Schweiz, Österreich. Und Gott sei Dank, in unserer komischen Zeit immer noch, ich habe die Möglichkeit fliegen. Und ich komme selbst und bringe Welten. Und wenn ihr Interesse an sie zwei habt, können sie mich telefonieren, in WhatsApp schreiben. Und ich antworte gerne alle Fragen und in meinem sozialen Netzwerk im Wald kommen frische Fotos von dieser Welten. Und immer noch verfügbar Vanicke und Link vom Video von Vanicke wird in der Beschreibung dieses Video. Bis bald!